Jetzt. Ja, genau, also... Das ist die Mutagsdemo, wie wir... Genau, wir haben es gerade noch. Na, scheiß. Ja, schon. Die... Wir riesig. Im extalm... Der... Die... 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 Aber gut, das ist ja viel kleiner als wir so in Holfeld haben... Die. Ja. Die.. Da wird die ... Ich weiß nicht, wie sie leid generiert, aber es scheint mir auch zufrieden. Also hier im MES Ägypten, glaube ich, gar keine linke Montagsgeber mehr. Montagsgeber wo? Nee, also Äs Ägypten, glaube ich, gar keine mehr. Kann sein. Also nicht, dass ich wüsste, aber hier... Willst du mir das geben? Ja. Ach Mann, das ist ja voll schade. Das ist immer der Punkt, wenn... Na gut. Ihr könnt, seid ihr morgen auch nach hier? Nee, wir sind wirklich nur... Zum Verteilen ist es jetzt auch zu spät. Da ist zwar die Straße mit den Kaufhäusern, aber um diese Zeit gehen die Menschen da ja auch nicht mehr. Das ist eben immer ein bisschen schade. Tut mir leid für euch. Ja, ja, genau. Also der, 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 der Zug... Verteilt sie lieber im Zuge, wenn ihr morgen irgendwann wieder fahrt. Genau. Da kann schon was. Alles klar. Ja, genau. Aber hier noch eine kleine Spende kann ich ja zumindest... Wenn du das machen willst, ist das gut. Ja. Von... 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 Genau, genau. Und wir, wir, wir fehlen gerade. Also ich hoffe, das ist in Ordnung. Also es kann auch sein, dass das, wie wir, 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 wir das ins Netz stellen, in Ordnung. Ach gut, danke schön. Danke. Genau, also wir, 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 das, wie wir euch immer noch gut sehen können. Das ist doch schön am Anfang, Dennis. Das ist die Hauptsache. Alles Gute bitte. Ja, genau. Ja, alles Gute. Euch auch. Ja, danke. Kein Handschlag. Sehr gut. Kein Handschlag. War wir denn heute Abend wieder zurück? Ja, genau. Aber wir fahren jetzt im, 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 im Hannover erst mal. Ja, in schöne Hannover. Ja, genau. Also das ist ein Zufall. Also jetzt, wenn ich jetzt, den ganzen, den ganzen, kompletten Weg noch, noch, noch mal nach. Ja, ich, ich, es ist, es ist, es ist, es ist, es ist, es ist eifzig zurückzufahren. Das wäre jetzt auch wirklich ein bisschen irre. Er ist Es wäre sogar nach unseren Maßstäben ein bisschen verrückt. Und das wäre ziemlich verrückt. Na gut, aber ich konnte jetzt, wir konnten jetzt unseren sorgsam vorbereiteten den Edebeitag nicht verlesen bei der Bremer Montagsdemo, aber ich kann ihn hier trotzdem hier so auf dem Marktplatz vortragen. Ich glaube, das passt auch ganz gut. Da muss man übermenschlich weit weggehen, um die überhaupt aufs Bild zu kriegen. Und ich filme mal so von oben nach unten. ...bemühlen, übermenschlich laut zu sprechen. Dann sind die auch noch mal mit den Stadtmusikanten. Ja, das machen wir auch gleich. Und mit dem Schweinchen. Danke, Ihnen auch. Euch auch. Ja, danke schön. Gegen Krieg und Arbeitswahn. Krieg und Arbeitswahn sind sichere Zeichen kultureller Degeneration. Anstatt das Geld für Bildung, Fortschritt und Kultur zu investieren, wird es in sinnlose Kriegseinsätze gesteckt und einen unfähigen sogenannten Geheimdienst. Allein die Bundeswehr frisst jährlich 38,5 Milliarden Euro. Das sind fast 500 Euro pro Einwohner. Und die Leute müssen hier Treckshops im anderen, wie der Freund, der gerade vorbeigefahren ist. Durch die Harz-Reform, die sogenannten, werden wir gleichzeitig für den Arbeitsmarkt mobilisiert und entwürdigenden Zwangsmaßnahmen unterzogen. Die Bundeswehr, der Verfassungsschutz, der BND und die militärischen Teile der Polizei sollen abgeschafft und dafür ein bedingungsloses Grundeinkommen eingeführt werden. Gibt man sich für Macht, für große Politik, für Wirtschaft, Weltverkehr, Parlamentarismus, Militärinteressen aus, gibt man das Quantenverstand, Ernst, Wille, Selbstüberwindung, und dass man ist nach dieser Seite weg, so fehlt es auf der anderen Seite. Wer von seinem Tage nicht zwei Titel für sich hat, ist ein Sklave. Er sei übrigens, wer er wolle. Staatsmann, Kaufmann, Beamter, Gelehrter. Damit das Haus von Narren und Verbrechern sich oben auffühlt, zahlt Europa jetzt jährlich 12 Milliarden, reißt es Klüfte zwischen den werdenden Nationen auf, hat es den hirnverbranntesten Kriege geführt, die je geführt wurden. Deutschland, Deutschland über alles, ich fürchte, das war das Ende der deutschen Philosophie. Ja genau, es geht nicht so Deutschland, Deutschland über alles. Genau, so hoch ist es für mich gemeint. Aus Mangel an Ruhe läuft unsere Zivilisation in eine neue Barbarei aus. Zu keiner Zeit haben die Tätigen, das heißt die Ruhelosen, mehr gegolten. Es gehört deshalb zu den notwendigen Korrekturen, welche man am Charakter der Menschheit vornehmen muss, das beschauliche Element in großem Maße zu verstärken. Schließt euch uns an. Schließt euch an.